Was ist überhaupt möglich, wenn es um die Überwachung von Messenger-Diensten geht? Das möchte ich jetzt mit Hannes Stummer von der Datenschutzplattform Epicenter Works besprechen. Ich freue mich sehr, dass er hier bei mir im Studio ist. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Was ist denn aus Ihrer Sicht problematisch daran, dass die Regierung Verdächtige mittels Trojanern überwachen könnte? Dazu muss man verstehen, wie das funktionieren könnte. Wenn ich jetzt vertrauliche Nachrichten mitlesen möchte, dann geht das nur über Sicherheitslücken, über die ich eine Spionagesoftware einschleuse. Und das funktioniert nur, weil diese Sicherheitslücken, das sind nicht nur auf den Handys von den verdächtigen Personen, von den Kriminellen, sondern die sind auf sehr, sehr vielen Handys. Also das betrifft dann sehr viele Menschen und damit öffne ich auch Einfallstore für jegliche andere Kriminelle. Also man kann sich das vielleicht so vorstellen, das ist wie wenn ich in einer, in den Haustürschlössern zum Beispiel Fehler entdecke und die werden nicht behoben. Wir lassen es offen. Einfach, weil es könnte ja sein, dass da Kriminelle in jeder Wohnung sind. Nur das führt auch dazu, dass dann jeder Einbrecher jede Wohnung aufsperren könnte. Genauso wäre es bei einer Spionagesoftware mit einem Bundestrojaner. Aber jetzt haben wir uns an Überwachungskameras gewöhnt. Es gibt auch die Möglichkeit, Telefone abzuhören. Natürlich nur unter rechtstaatlich genau definierten Gründen. Warum ist nicht denkbar, dass man das bei Trojanern genauso macht? Also der Unterschied zu einer Kamera und mit einem Trojaner, wo ich direkten Zugriff auf ein Handy bekomme, ist natürlich ganz was anderes. Also beim Bundestrojaner öffne ich wirklich Tür und Tor, dass ich auf ein gesamtes Mobiltelefon auch zugreifen kann. Also das ist gar nicht beschränkt auf die Chats, sondern man steigt da wirklich sehr tief durch Schwachstellen ein. Und das können natürlich auch ähnliche Kriminelle, auch Spirone zum Beispiel, können dann auf Handys zugreifen. Länder wie Frankreich, Großbritannien oder die USA haben Staatstrojaner bereits eingeführt. Ist da aus Ihrer Sicht jetzt, ich weiß nicht, wird ja die Rechtsstaatlichkeit weniger gewahrt in diesen Ländern seitdem? Also man hat gerade jetzt auch mit den Pegasus-Skandalen sehr deutlich gesehen, was für einen großen Schaden so Trojaner anrichten für eine ganze Gesellschaft. Also dadurch, dass da wirklich Schwachstellen in der IT offen gehalten werden, können die von jedem ausgenutzt werden. Und in Polen zum Beispiel oder auch in Spanien hat es wirklich für das ganze Land dort verheerende Folgen gehabt. Das sind natürlich die schlechten Seiten dieser Überwachungsstrategie. Man muss aber andererseits sagen, viele Kriminelle kommunizieren heutzutage eben über verschlüsselte Messenger-Dienste. Wie können wir uns denn auf anderem Weg vor Cyberangriffen oder Terroranschlägen schützen, wenn nicht durch Trojaner? Also wenn man sich wirklich schützen möchte vor Cyberangriffen, vor Spionage zum Beispiel, dann sollte man schauen, dass man die, wenn man schaut, woher, wo passiert das überhaupt? Und die Einfallstore durch die IT-Attacken passieren, die immer mehr werden, durch die Spionage passiert. Das sind genau diese Schwachstellen in den Mobiltelefonen zum Beispiel. Und wenn wir uns davor schützen wollen, dann ist es geboten, diese Schwachstellen zu schützen und nicht noch weitere offen zu halten. Um uns nochmal zugespitzt nachzufragen, was ist für Sie wichtiger, der Schutz durch Überwachung oder der Schutz vor Überwachung? Also prinzipiell, das ist keine, man muss das gar nicht so gegenüberstellen. Es geht einfach darum, insgesamt die Sicherheit zu erhöhen. Und wenn wir die Sicherheit erhöhen wollen, dann müssen wir dort, wo Spionage und IT-Attacken passieren, müssen wir diese Lücken stopfen. Und das ist genau das Gegenteil von einem Bundestrojaner. Die Grünen haben im Großen und Ganzen ihre datenschutzrechtlichen Bedenken immer geteilt, dabei im Zuge des Bekanntwerdens der Umstände rund um Egisto Ott, dieser Spionage-Affäre, die sich da auszuweiten scheint. Da scheint jetzt auch Al-Masadic, die grüne Justizministerin, zumindest einen Schritt in Richtung Bundestrojaner zu machen. Konkret sagt sie, wir müssen darüber reden, wie man im Rahmen einer Gefahrenabwehr-Messenger-Dienste überwacht. Die Frage ist, wie man es macht, die Grenze ist für uns der Bundestrojaner. Wie könnte das gemeint sein? Also wie konkret da die Pläne sind, das werden wir sehen, wenn es einen konkreten Gesetzesvorschlag gibt. Der ist dann natürlich auch genau zu prüfen. Die rote Linie ist auf jeden Fall, Spionagesoftware auf Handys einzuschleusen. Das hat auch der Verfassungsgerichtshof entschieden, gegen die österreichische Verfassung. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat das kürzlich in einem Urteil bestätigt. Und wie gesagt, wenn wir uns vor Spionage schützen wollen, wenn wir uns vor Missbrauch, von Überwachungsbefugnissen schützen wollen, dann können wir nicht darauf reagieren mit noch mehr Überwachungsbefugnissen, sondern wir müssen die Ursache dieser Sicherheitslücken in der Technik stopfen. Und damit schützen wir uns automatisch dann vor der Spionage. Hannes Stummer, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch und für den Besuch hier bei mir im Studio. Sehr gerne.